und dann so was die Mitte war top ach du scheiße du hast keinen Mana du brauchst einen Gloobuff du auch nicht Thomas also sollten wir unten feeden wir haben eine echt gute Ausrede ok bin jetzt voll und ganz da für euch nur für euch wunderschön da freuen wir uns Vielen Dank. Ja, dann halt kein Red Buff und so. Ja, einer von den Gegnern war letzte Season Diamond und es ist Platinum 3 jetzt. Tja, hat er wohl hart gesuckt, diese Season. Ja. Aber da wurde letzte Season gecarried, ne? Also es ist übrigens Ezreal, wenn du entscheidest. Können einfach direkt zu deren Red gehen. Wir haben heute das, ähm, was war das? Trundle? Ja, Trundle-Video gemacht. Ohne Witz, ich muss da am Anfang erstmal ne Entschuldigung schreiben, weil der Sound so b****** und in die Tonne gekloppt ist. Ey. So schlimm. Die ganze Zeit atmen, räuspern, husten, mausklicken, boah. Hört man so. Weshalb? Weil irgendeiner seine Maus massakriert hat? Frag mich nicht, wer es war. Ja, weiß schon, ich smarte den. Ah, was für ein Trundle-Video, wer war denn dabei? Ich smarte ihn doch nicht. Du? Ich war auch dabei. Du warst auch dabei. Du warst Diana. Was war ich? Diana. Ach, Diana? Ach, das Video. Ach, das Game meinte ich. Wo Woosh am Anfang Wölfe hilft und dann plötzlich stehen bleibt. Woosh, bewegst du dich mal? Ich hab doch gesagt, dass ich mich nicht bewegen kann. Hä, was? User disconnected. Okay. Ja, ich erinnere mich. Was war das mit dem... Was wollte ich denn jetzt die Rays? Was war das mit dem Quarter, Triple Kill? Weiß ich nicht. Irgendwie sowas, ne? Von wem? Von Diana? Von mir? Oh, kann sein. Ja, doch. Glaub schon. Ja, ja. Das hab ich ziemlich... gerockt in dem Game. Das war noch, wo wir den Dive unten gemacht haben. Fairerweise den disconnecteden D-Ds nicht gefiltert haben. Ja, woher steht das? Und dann plötzlich hieß, äh, voll unfair. Ja, ich erinnere mich. Nami-Water-Dragon. Na gut, den wollte ich gerade machen. Also, schade eigentlich. Also, Raka, furcht wie irre. Du kannst gerne gang kommen. Nein. Ich teile mich. Da hab ich nix. Da kann ich nix machen. Oh. Ja, die zerkloppen uns da unten. Tja, das Lebensart. Okay, sie mal. Das ist lustig. Der Speer von Niederlies hat die Hälfte des Weges geflogen und ist dann unsichtbar geworden. Sehr schön. Nein. Das hatte ich noch nicht. Da war noch ein E-Syn, Thomas. Das hast du gesehen, oder? Ja? Der hat von Raze rübergekuhlt. Gekuhlt? Ge-edit-art? Ich komme mal runter. Ich wollte gerade sagen, ich bin schon eine Minion-Wave behind, von daher. Die poken ganz gut. Ich meine, selbst wenn ich da runterkomme, kann ich trotzdem. Ja, ich brauche, ich muss einfach back. Warte mal, da ist ein Lee-Syn. Ja, hab ich's gesehen. Finger weg von meinem Kevin. Sehe ich genau. Geil, halt. Danke. Das ist sehr lieb von euch. Trotzdem kriegen wir hier unten auf die Fresse. So schnell ich an, dann. Nee. Ja, ist halt bitter. Nidalee kassiert ja auch die ganze Zeit, aber der Heal geht mir auf den Sack. Was, der Heal? Ja, also ich meine, er hat jetzt gleich doppelt so viele Creeps wie ich. Das sieht halt nicht so gut aus, ne? Einfach nicht sterben und versuchen zurückzufahren. Hab ich gesehen? Was? Natürlich, ich hab da schon draufgehauen. Scheiße war das nämlich. Was, ich bräuchte mal was, woran ich mich ran saugen kann. Zu spät. Bist du überhaupt da oben wohl angelaufen? Ja, wo soll ich denn sonst hin? Ich krieg direkt das Kuh von dem ab. Einfach weiter wie in Lane. Die vermöbelt dich gerade, oder? Miss Nidalee? Ist der jetzt gegangen? Ja. Ja, vergiss den Wort nicht, Thomas. Ja, genau den. Die sind weg hier unten. Wissen man damit erst wieder schaffen kann. Immer noch misstopp. Schon seit ner Weide. Nur Wort ist da, Thomas. Ah, da ist es. Sehr schön. Wieso bleibt ein Tower of Wards eigentlich nicht an? Ich farm aber auch wie ein Idiot gerade. Pass auf, dass ich nicht von der Seite komme, Daniel. Hm, nicht gerade da. Wird's mal ein Schmidt runterkommen und auf der Lane gehen? Was, meinst du mich? Ja. Der Wards steht immer noch da. David, stört er dich? Ja. Oben. Mich stört er dich in hier auch. Echt jetzt? Echt jetzt? Ungelogen. Also du nicht. Ich kann auch wieder gehen. Ja, ist immer noch hier. Nein. Ich hatte nichts mehr zum Ausweichen. Außer dem Move Speed. Den nicht vorhandenen. Ich muss mir auch Wards kaufen. Kannst du mal mal im Redbuff gucken, Thomas. Welcher Redbuff? Der Redbuff. Der, der da steht. Der macht den immer noch. Ja, komm her. Ich hab zu wenig Leben mit dir reinzumachen. Wunderbar. Übrigens hab ich eine Redbuff. Ja. So schön. Ach, war das nicht einer? Das war meine, ja? Ne, du warst auch da. Hat noch was. Hallo. Er hat Hallo gesagt. Ja, alles B****, ey. Jetzt war alles noch Flash und Ignite ausgehauen. Ja, alles B****. Ja, alles B****. Oh Gott, ey. Das war etwas. Ne, tot ist tot. Ne, voll dumm, Mann. Singe, nicht scheiße. Ich will so ein bisschen scheiße gerade. Alter, der die Szenen soll abhauen. So richtig abhauen am besten. Sorry. Das ist ein Schlimm. Dude, du hast ihn getötet. Was? Das war mal klar. Ich meinte Lukas. Er hat Ezreal getötet. Ist immer noch nur Ezreal. Der ist immer noch da, Mann. Ich glaube, da waren wir jetzt mal auf. Ich glaube, ich logge ihn auch noch ein bisschen her. Ich glaube, du sollst gehen. Noch ein Wort. Der hat das Wort, Dieter. Oh oh. Lol. Dude, OP. Nein, gehst du nirgendwo hin. Nieder, die willst du? Komm her. Komm, Nieder. Komm. Die willst du auch. Jetzt steht über 25 Gold rum. Ich weiß. Und wieder ein unsichtbarer Speer. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab sogar Beweise, dass ich's nicht gesehen hab. Hast du's aufgenommen? Selbstverständlich. Sehr gut. Scheiß-Niederl-Hack. Wird reportet. Direkt einstecken. Bisst mich grad echt an. Ich hatte einiges bereit, um dem ausweichen zu können. Musst du so, Kain? Ich muss drüber abholen. Mann, Bluber. Nieder, die kommt, nieder, die kommt. Die nach unten. Was wollen wir nicht, Thomas nicht. Wir werden zu dritt. Okay, und jetzt ist es auch zu dritt. Und mein Leben sind jetzt nicht so. Hast mich ja schon überredet. Hey, das wollte ich auch machen. Das war knapp, Mann. Ja? Wie viel Leben hast du noch? Jetzt wieder genug. Thomas, ich brauch fast zum Hinflashen. Wenig. Ich muss gar nicht so Raka töten. No, dude. No, 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 no. Ich bin hier am Sterben. Du willst nix töten? Ich bin hier schon am töten. Hast du gesehen, wie ich aus der Ulti von der einen rausgeflasht bin? Nee. Hm. Mhm. 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 Naja, die komische Tastik. Das Vieh kommt wieder hoch. Das Vieh. Der Film. Die sehen uns. Die sehen uns. Oh nein. Welches dieser Viecher meintest du eigentlich? Das, was hüpft, springt und nichts macht. Es reportet gerade. Oh, das andere hätte auch. Die stehen auf jeden Fall beide am Tower gerade. Oh, die Nami kommt in die Mitte. Ich will behaupten, das ist ein Wort. Würde ich auch mal. Würde ich behaupten, ich geh jetzt. Ich will mal behaupten, dass der Lee Sin lernen soll, wo der Jungle sich befindet. Ja, da oben sind doch eindeutig zwei Büsche. Eindeutig. Dem kann ich nicht widersprechen. um als Jungle zu gelten. Kriterium für Jungle. Grün. Der sieht man ja noch hier, ne? Ich kam gerade wortwörtlich aus dem Jungle. Komm ich halt wieder hoch, ey. Jetzt kriegste halt einen gebacken. Mann, ey. Da hab ich jetzt zwei Skillshots gefressen und bin fast tot. Ja, unser Jungler ja die ganze Zeit keine Wölfe braucht, geh ich die mal machen, ne? Ja. Ich dachte gerade, dass er noch einen Sperr frisst und dann verreckt. Hier ist immer noch... Ja, siehste, da kam ein Q raus. Da ist auch ein Q gewesen. Wie wärst du einfach mal heilen gehst? Blubuff? Die ärgern dich einfach noch ein bisschen, siehste? Thomas? Oder brauchst du ihn nicht? Ja klar. CD Reduction. Ja, die pushen gerade Bot. Komm danach, Bot. Lauf. Ich hab's dir gesagt, hör auf. Scott, geh drauf. Hör auf. Haben wir nicht. Lauf. Meines wegen auch Lauf. Oh, ne. Bin gelaufen. Ja, von den Gegenden weg. Nicht, ob da drauf. Was? Nicht drauf? Nicht drauf. Alter, wo ist meine Barrier? Achja, das macht keinen Spaß. Hm, schreib mir mal jemanden, danke. Was? Fürs Tower-Wegmann. Hm. Der Mütte geht auch noch ein Tower drauf. Ach. Wir müssen wieder. Halts ja keiner von ab. Er ist ja keiner von ab. Überall bleibt nieder. Mhm. und so das sind einfach alle ja sicher da kommt nur noch Lee Sin Vorsicht der Lee Sin ist auch da ja nenn nicht du dir schön ja da ist nix schön dran du hast mehr Geld gekriegt als er hier wow und wenn 50 Farben hinterher nur 45 geben ein paar mehr Wurz ich werf SGL hat sein zweites Major Item fertig ich war froh wenn ich eins hätte er flog gut ich bin nochmal auf dem Weg nach oben ich gesund gesund nochmals die erstmals bei den Rays Daniel hast du unten also recht aber bitte gleich in die Mitte ich muss kurz shoppen die machen uns einen Power-Schrott Nami und Estrell kommen runter wo hat die eine Falle geliebt ich pushe meinen Tower kurz oben weg dann komm ich und dann und um die Welt gesagt dass eine Box nicht mehr drin ich habe auch gesagt dass ich das ja weit voraus war aber ja natürlich hat mich das auch getroffen natürlich um in der die Sinn hat es aber mit dem Pushen die pushen alle wie crazy Ami kommt auch hoch und der ist willkommen hoch das müssen sie auch bei der Poké Kombination müssen sie auch pushen wie kacke um nur in den Wandsland würde ich euch auch empfehlen provokant als dagegen können wir übrigens ein bisschen Hilfe wer voll knorkelt Aua Noch mehr Ultis vielleicht in die Richtung? Blindshot Blindshot Wollt mich eigentlich dran leechten, aber okay Aber ich auch Ich auch Nee, der ist echt so ein B****er Drecksheld Nur rumlaufen und Sperre schmeißen Das ist so langweilig Ja, hier ist von euch, könnt ihr bisschen Sperre schmeißen Ja, ich muss Unten die Läden mal wieder rauspushen Bevor die Anfängen unseren Tower wieder mal anzukratzen Ich muss auch mal irgendwas pushen Cage Nehmen wir das Kalisto da kriegen Ich hab hier ein Ezreal Was geht da ab, was geht da ab, was geht da ab Wir töten alle Das seh ich Top Niederl noch, ich push unten weiter Ja, push mal, sind alle tot bis auf Niederl Echte Niederl da oben weiter pushen Ne, das ist ein Tier 2 Red, den geben wir nicht einfach so her Nachdem gehen wir Zum Bluboff Und zum Rapper Wir gehen trotzdem hin Und in Niederli Ok Jetzt kurz gucken Warte, ich gucken Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg Komm zu uns Ich bin auf dem anderen Weg Wir sind alle auf dem Weg Jeder hat seine eigene Ja, alle sind drei anderen Wege Vorsicht, da ist der andere Ezreal und so Ja, der Ezreal ist da noch Lassen wir das Der Ezreal macht grad Red Buff Au Jaja, da geht die Katte ab Drache, Dershow, irgendwas Was? Ja, springen wir rüber Oh Ach, das schafft der, ne? Und tankt immer bitte jemand Ja, mach ich fort Gold Daniel Ja, das ist Ja, ich bin tot Das ist nicht schlimm Nein, den wollte ich gar nicht einsetzen Ja, für was die alles brauchen Um mich tot zu kriegen, Mann Alles Ja, ich hab halt vier Ich hab halt 4000 Gold, ne? Das ist so ein bisschen Hast du dich also schön zurückgefarmt? Nö, aber zumindest hab ich jetzt mal zwei Major Items Also der hat immer noch Wild Ezreal Ulti IPs Er hat immer noch 20 Farmen mehr, aber es sieht schon besser aus, ja It was very surprising It was not very effective on the base Base Wir brauchen mehr base Drop the base All your base, your base, base, base Base All your base Are belong to us Ich verstehe Mhm Bisschen oldschool, aber Bisschen oldschool, aber Bisschen slightly Bisschen slightly Ich bin push schon wieder Weil ich müsste was der Grund nehmen Wieso bekomm ich eigentlich immer nur Red Buff? Ich will beide haben 3D Bleib dran Hier Nami kommt hoch Die anderen Nidali kommt auch mit hoch Die kommen alle hoch Okay, Ezreal nicht Das sollen wir eigentlich nicht Ezreal ist noch Mitte Ezreal ist noch Mitte Aufsetzt Weil du's kannst Korrekt Oh, 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 oh 3 Worts OP, wir sehen alles GG, GG Go top, go top, go top Toppage irgendwas Boah, das ist ein Damage von so'n Scheiß Rise Ezreal Dounce Nidali Pfff Pfff Zurück, 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 Thomas, zurück Wir haben Probleme von der Seite Ja, klar Auf jeden Fall auf Ezreal gleich Komm hier hin, komm hier hin, komm hier nicht Der war schon so gut wie tot, Freunde Ja Der eine hat gebraucht Die hatten halt nur Exhaust Und ich hatte kein Barrier Das war alles Bzzzz Warum die sind auch beide tot? Ich konnte nicht auf dich rüberjumpen Aber ich fang die ab Wurde sagen Frage ist nur, von welcher Richtung? Von da Das war ein gutes Abfang Ey, du bist Legendary Ja Holy Shit, hab ich grad auch gemerkt Wie komm ich denn dazu jetzt? Pfff Killsteiner Ja, ohne Witz Kick, Bando und Ignore Mindestens Wer macht dir den Schaden? Ich? Ja Wie viel AP hast? Verdammt, du hast mehr Nein Kevin Ryzen hat mehr AP als du Ja, du hast einen scheiß Seraphs Wer versuchte, indem er durch die Gegend rumfliegt? Äh, wir beide Verdammt Wer macht gar nichts? Kauf dir mal hier ein V-Vampir-Pferd, ich will auch was davon abhaben Ich würde mir Gunblade holen Gekacken Hahaha Aber nur dir zuliebe Die gibt nur noch 89 Gold, was habt ihr mit der gemacht? Und kaufe ich's mir auch, du hast auch was davon Alles klar Komm gleich Oh, Ulti Random Ulti appear? Ey, ich bin noch zur Seite drauf Ja, die hat ne neue Hitbox, die Ulti, oder so 20 Pixel versetzt zur Seite Zu beiden Seiten, in der Mitte wirst du dann aber nicht getroffen Ezreal Ulti, you only live once Na ja, Pushing oder so Ja, gerne Wenn ich jetzt Bot gelapft hab Ich hab übrigens jetzt das, äh, ich mach Burn-Damage-AP-Schaden Die Andres Genau Aber das hört sich nicht so cool an, wie die Version, die ich grad genannt hab Du meintest, ich hab OP-Percentage-HP-Burning-Damage-Item gebaut Hab ich auch gesagt Okay, ja Wollte nur nochmal nachfragen, ob du das gemeint hast Ja Nulls Lass dich bitte auch mal irgendwas dran Ich komm nicht ran Jetzt schon Jetzt ist der Scheiß rumgekickt, Mann Das nervt mich ja sogar schon Ich, äh, kann dir da nicht mehr helfen, Daniel Mir? Was mit mir? Nein Du sagst so aus, als ob du dich besser aufholst Achso, nein Nein, nein Da, Leute Fehlte Ja, ich seh das, aber Können wir nicht auf den kacken und einfach pushen? Nein Au Ich bin voll dafür Ich nicht Ich hab grad voll den Speer von Nidalee abgekriegt Close Shit, oh, Ulti Holy Moly Das war knapp Ich glaub, der hat gedacht, der macht mehr Schaden Das war knapp Nicht mit 176 Rüstung Ich glaub, er hat einfach gedacht, Ryze macht weniger Schaden Ja, oder das? Und hält nicht so viel aus Wo ist der verdammte Red Buffer, der ihn immer braucht? Wie gesagt, nur dir zuliebe jetzt Ach komm schon Die hatten's dann? Ja, das ist gar nicht das Problem Sondern die anderen beiden Warum musst du Soraka einfach Homeguard haben? Das war schon alles Homeguard, gute Idee Ja, da kommt die hoch Das war schon alles In alten Nashor Ist doch egal Ich kann da nix machen Daniel kann ein bisschen reinjumpen Daniel? Mit Leal und mit Leona Ulti und Cutter Ulti? Was ist eigentlich? Binder Reichen Soraka keinen Mahn Schraub, 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 schraub Dass sie nicht mal deine Ulti mit ihre Ulti abbricht Das versteh ich nicht Ja, hat noch geflasht Ja, die hat noch geflasht Ja Hörte, dann kenne ich halt deren Schaden ja schon mal Lass es, lass es Bin schon Die sind es mittlerweile nicht mehr wert, so zu chasen Der LZ schon So kann ich Hier im Bluboff Oh, sehr schön Oh, toll Nur wegen euch Hätte ich alleine geschafft Hätte ich den ersten Fall getötet Da hat er Hilfe Komme Ach, du machst das schon ein bisschen groß Hätte ich den ersten Fall getötet Du meinst, ich kann Nashor aus seinem Pit rauskicken? Ach, wir machen Nashor Ja Ja, wir beide Wir brauchen euch gar nicht Danke Ey, ich bin mir so nutzlos Ey, ich war echt nutzlos Ich wollte auch noch was machen gerade, aber Shopping Time Kommst du wohl zu dir gesprungen? Ich hatte gar keinen Ulti, fällt mir grad auf Ja, 40% Zwell beim incoming Ich dachte ich hatte Ulti Oh, guck mal, du bist der Bessere In dem Moment gewesen Ich Will nicht sterben Das muss weh tun Geht weg Ja, und da ist der Schild Na klar Fuckin Der Drecksmusik Nicht das Schild Die Schilde Der Der Mana Schild Das Mana Schild Das Mana Schild Ist mir scheißegal, um ehrlich zu sein Ein Wort davor hinderts nicht Der Schadensabfangende Umhang Ich kommst denn jetzt auf den Bullshit Ja, genau der Also Der Hack Zerfleischende Fleischende Hack Zerhacker Fleischhassende Fleisch zerhackende Ja, genau der Und, dann ein Trap Oh, Leute Oh, ein paar viele Leute Den will ich nicht spielen Ich glaube ich musste mir irgendwann mal das volle Video ansehen damit ich weiß wie es heißt Also richtig heisst Ähh, da sind so viele Also gehst du da rein? Ah, ich dachte es ist einer von uns. Ne, unser Lee Sinner ist leider schon tot. Gut, dass sie ihre Skillshots behauen. Ja, ich kann halt professionell dodgen. Noch lebst du. Ja, ich werde auch überleben. Kommt da ein Ezreal-Ulti? Hundertprozentig. Bis jetzt noch nicht. Die war komplett zur Seite. Ja, jetzt kommt der Ezreal-Ulti. Ja, jetzt ist mir das egal. Was kaufe ich mir da eigentlich gerade für eine Scheiß zusammen? Alter Schwede. Fehlt noch Rileys Zepter. Kommt gleich. Was, auf mir? Nein, auf dir ja sowieso. Ich weiß doch, Felix einmal. Felix einmal. Garen. Garen. Rileys. Ja, das lobt doch. Ich dachte, das ist gut. Auf Garen. Oh, komm mal hier. Zeug. Daniel, nein. Das hast du nicht gemacht. Was? Was? Die hat Farm geklammert. Doch. Kommt ihr alle hier? Aber das ist meine Lane. Ja, wir sind alle hier in dem... Ich pushe die ganze Zeit alle Lanes. Ah, deswegen kriegst du keine Kills in den Teamfight. Richtig. Der muss sich zurückfarmen. Vorsicht. Muss ich nicht zurückfahren, ich hab den längst überholt. Nur, ich bin im Teamfight meistens gar nicht anwesend. Okay, dann passt auf, da kommen jetzt 5 gleich zu euch. Die gewinnt ihr auch ohne mich, von daher. Topflane. Topflane kommt. Kopflane. Da sind 5 Leute. Und nur 5? Mindestens. Danke. Hab darauf die Wendenzeit gewartet. Was? Dass ich irgendwie endlich mal rüberjumpen kann, aber du warst so immer ganz knapp außerhalb der Range. Ja. Und bin mal wieder gestorben dafür. Wuuu. Ich werde eine Schweigeminute für dich veranlassen. Ne, brauchst du nicht. Hab mich dran gewöhnt. Vorsicht. Egal. Professionell überlebt. Gleich kommt die Astreal Ulti, bist du tot. Der wird die höchstwahrscheinlich nicht hier hinschießen. Ich hoffe es. Astreal Ulti war es schon. Okay. Wendt euch ganz beruhigt backporten. Ich will nicht, wenn ich backporten. Astreal Ulti hab ich abgekriegt. Ah, okay. Hier ist ein Red Buff. Ja. War das mit der Nami Ulti zeitgleich zufällig? Ne. Dann hab ich die. Komm später. Ja, ist nicht schlimm. Oh. Alles gut, jetzt geb ich denen kein Gold mehr. Glaube ich. Oder wenig. Gefangen. Komm her, komm her. Nein. Das heißt, Mana. Aus dem Blumen. Erstmal. Ah, ne, das war von jemand anderem, oder? Nein. Nicht? Schon weg? Ja. Super. Das war Nidali Speer. Und sie, wir. Das war Nidali Speere. Das war Nidali Speere. Ja. Immer noch. Einfach in Ruhe den Inhibitor. Ganz ohne Komplikationen. Die Komplikationen sind die Pokes hinter uns. Die. Komm hier unten hin, komm ich denke. Oh. Gehen wir zu Daniel. Hey. David, Daniel ist oben. Ja. Irgendwie schon. Wie hast du alle überleben? Die Dreckigen. Geh zurück, Daniel. Geh zurück, Daniel. Ja. Ja. Mach's kaputt, dann haben wir Supercreeps. Haben wir schon. Nein, die hat man erst, wenn man alle drei kaputt hat. So wie ein Dota. Dann kriegst du doppelte Dinger. Doppelte Supercreeps. Ja. Bedeutend, dass wir vorher einfache Supercreeps haben. Hat irgendwie nicht ganz Unrecht. Ja. Aber es kommt doppelte. Doppelt hält besser. Richtig. Pro Lane. Wie viel Slow- Mann. Ich wollte kurz sagen, willst du einfach rüberspringen dann? Danke. Aber die Frage ist, ob ich das trotzdem noch überlebe. Schaut nicht zurück. Lauf einfach vor mir. Als ob dein Einer-Proc von der S-Ulti das abhält. Ja, aber zum Beispiel nieder die Speere. Nieder die Speere. Wir gehen durch. Hallo? Aber nicht durch mich. Diesen Fleisch reißen. Oh. Human Heal. Mehr Damage. Ich brauch mehr Damage. Danke. Ich leuchte. Das Gute ist, jetzt musst du keine Cutter mehr spielen. Oh, boah. 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 Wie, was meinst du denn damit? Genau das. Boah. Boah. Den merk ich mir. Boah. Boah. Wenigstens bring ich keine Buffs auf die gegnerische Lane. Blue Buff? Ja, den zum Beispiel. Ernsthaft? Woher braucht ihr den? Nein, ich hab nur gepinkt. Einfach so. Warum? Weil du es kannst. Richtig. Okay, vier Stück Mitte. Und einer war, glaub ich, Bot. Das bedeutet, nach Adam Riese, wir können das schon mal. Nee. Wir finden sie lieber einfach alle. Ich geh da jetzt rein. Ja, das hat sogar noch getroffen. Da geh ich rein. Sehr gute Rise Damage.